Bestimmt ist es so ein bisschen wie die Einleitung zu den Ganzen, also ihr wisst, das ist das Highlight des Abends. Macht es uns bitte nicht ganz so schwer. Ansonsten erwartet ihr natürlich auch, dass ihr an der passenden Stelle natürlich wirklich das Publikum spielt. Was sonst? Die Zwölfern haben sich verlangt und haben einen Einlass nicht. Das weiter dauert uns jetzt. Wir werden natürlich auch den Vorhang so ein bisschen haben, das heißt, wenn wir Szenen um den Nächsten haben, werden wir hier gerade so ein bisschen die Türen zu ziehen, um euch so ein bisschen die Illusionen zu geben, dass zwar das Ganze natürlich nicht hier fähig gemacht haben. Dann hoffe ich, ihr habt viel Spaß. Ein bisschen mehr Spaß, als ihr beim Aufhören habt. Ich halte uns nicht mehr. Ich halte mich immer wieder. Es war ein Zeitpunkt, wo er ein Bömer war, das Erρχung der Köln ist. Und er hat uns über den Köln der Köln ist. Der Köln der Köln ist auf den Köln, der Köln ist nicht mehr. Sie alle rufen, der Köln ist nicht mehr nur noch, es war etwas, es war etwas, es war etwas unheimlich. Der Köln ist eine Köln, der Köln ist ein Köln. Die Köln ist ein Köln, der Köln ist ein Köln. Doch die Pagasi, die Unicorns und die Erdkommies cared nicht für was entfällt die anderen Stripes, aber nur für ihre eigenen Haare-Welt. In diese Troubled Times, as you know, die Pagasi waren die Steuers of the Weather, aber sie demanden etwas in turn, food, das nur die Gräufe von den Erdkommies war. Unicorns demanden das gleiche, in der Tarn von Magicaly, bringing fort und night, beruf, day und night, und so mistrustet den Tribes festiviert, until one fateful day came to a boy. And what wanted the Pagasi to clash? That was a mysterious river that overtook the land and toppled the tribes. Precious peace. The normally instruits us Pagis were unable to calm their land. Pagis were freezing, the home of the Pagasus fared no better. The Pagasi were hungry, the Unicorns were freezing and hungry. Even the Unicorns' magic was powerful against the storm. Each tribe blamed the others for their suffering. And the angry at every Tony Guhul, the world to the Pagasi came. And so it was decided that a grandson would be held to figure out a way to cook with the Pagasi. Each tribe sent their leader. Pagasi, the Pagasi, the Pagasi. Doctor of the Pagasi, Francis Blatino. Pula of the Pagasi, Commander Capitan. And the last thing. Pancel of the Pagasi, Leader of the Earth Pagasi, Pancel of the Pagasi. Pancel of the Pagasi, Oh, God. Perhaps these tribes could finally settle their difference and agree to form this way to get through this disaster. What's wrong with you? You're the Earth one. You're the Earth one. All I want to know is why the Earth ponies are hogging all the food. Us? You're not hogging all the food. You are. Oh, wait. You're right. It's us. It's called the Mean Hard Pagasi since it's... It's not like crazy. For the hundredth time, it's not us. We're not making it snow. It must be the unicorns. They do it with their freaking magic. How dare you? Unlike Pagasi, the Unicorns, we'll never do such a thing. Well, if you're not Earth, you're not using your very own powers to freeze us all. They are just glum out of ideas. What a shocker on an Earth pony which is not like the Earth. Commander Harry, you're not the boss of me, or I's moodyness. I beg your pardon, I am a princess. I hope you spoke until that way. Well, I'm leaving first. No, I'm from Earth. All right. 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 So the sound of the screenpipes is not the plan of the where I said it. And the screencast is not the same. All right. All right. Lickberg! Schuss! 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 Alter ist das laut! Und die Schreienleger sind scharmen, für die Lickberg gewartet und besser will sie weg. Der Titel. Geh zu viel! Ich bin mehr als dich. ATTENTION! Oh, komm mal her! Was? Sind Sie die Frage, wie es ging? Oh, komm mal her! Sir. Wie geht es, Sir? Horren! Die anderen Trap-Lears sind so unbekannt. Sie wissen nicht, dass wir ein Die Mordentriebe von Warriors sind nicht gegründet worden. Sie müssen die Rags- und die Weak-Folze zu brechen. Ich brauche Sie. Ja, Frau Majesty. Haben die anderen Mordentriebe gesehen, wie ich predigt habe? Die anderen Tränen sind unfassbar. Ich kann für einen, 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 für einen. Die Unicorns sind nobel und prädestin. Wir werden nicht mehr mit den Lichtern von ihnen konservieren. Die Tür ist falsch rum! Hier ist kein Schwerpunkt. Schmerz! Wir müssen hier die Tür benutzen, Chancellor. Vielleicht für Sie, Smart Cookie. Aber ich bin der Chancellor. Ich war glücklich, weil ich außerhalb der Box kann. Das heißt... Schimney. Schimney! 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 Welcome to you, Ruth! I am about to be brilliant! Das will be fair! I've decided, the earthworm is doing well! So you mean the other tribes didn't come around? Shoot! I really thought we'd get through to them if we... Don't worry about them! We are the ones with all the food! Right? Actually... You are the ones with all the food! Fine! Then there, we have to go somewhere new! Where we can grow new food! And with me, as your fearless leader, what could you want? Where should I start? The point is... We must find a new land! Yeah! 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 So sad! Come on, Private Fancy! Let's get a move order! Open! 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 We cannot let anything strike us from the mission at hand! To fight... And if necessary... To conquer a new land! Conquer us then? We cannot know where things might be lurking. I don't see any new mess... What's next? Snow! I'm sorry. Oh no! I want to do things! Amen! You should make me a longer room! I will have to be taking forever! My homes are killing me! How long have you been working for? About five minutes here on Iris! We shall not care! But if you will all be worth it, you don't worry! Actually, I think that the sweet drives couldn't try harder! So... What's wrong? Das ist, was ist? Es ist nur ein Dreh, mit dem Prozedismus. Ich habe keine Ahnung, dass ich in meinem Gaube bin. Ich habe keine Ahnung, dass ich in meinem neuen Land bin, wie ein Dreck, in dem Earth-Bund, oder wie ein Dreck, oder wie ein Dreck, in dem Pegasus. Ich habe keine Ahnung, dass ich mich nicht mehr an den anderen bin. Auf dem anderen habe ich keine Ahnung, dass ich mich nicht mehr an den Gaube bin. Ich habe zu viel Zeit, die Gaube zu tun. Das erste Mal? Oh ja! Wenn ich mich nach vorne an電, auf dem idea Sie das? Ja! Das ist definitiv, wenn ich mich nicht mehr an den performersieke. Das hier ist wahnsinnig! Ich habe mich nicht mehr an den Dreck. Ich würde mich nicht mehr an den Gaube sein. Es ist einfach an der Gaube und an den Man. Das ist auch ein Dreck! Wenn ich mich nicht mehr an den Gaube sah, was ich von dir gekommen ist. Ich habe mich nicht mehr an den Gaube gehabt. Ich konnte nicht sehen, wo ich mich noch nicht mehr ein reactive. Ja. Oh, I talk. I need to be able to talk. I will survive when I will suddenly shut up. So thanks actually I have to the chance on this. It's just that the man is also upside down. I've got no respect for you, Cookie. Your answer is wrong. Definitely don't. You're right. It's such a relief to me that you're in charge of the man. Really? You don't need relief. You don't need relief. When is there somebody that needs a relief? It's me. I'm a big club. You just my... What am I? You take the man. And I just enjoy some relief. Yes. Shhh. 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 This is the new land we've been searching for. Shhh. What are you? Shhh. Shhh. In the name of the Pegasi, I declare this new land to be Pegasophilus. Shhh. 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 Ich sage euch, dass wir die Lande für die Lande sind. All die Eurember sind in Unigonia. Der Name ist Pegasopolis. Unigonia! Erst! Ich sage, wir kämpfen für die Lande. Ich werde die Besten gewinnen. Das Barbarik. Ich werde niemals die Früge in die Lande bringen. Welche Dungeon? So, vielleicht, wenn wir alle runterkommen? Ich werde, wenn wir alle runterkommen. Ich sage euch, Russen, für Intermoidation. Wir müssen das auf dem BATTLEFIELD machen. Da gibt es mehr Snowball. Der Royalty! Moment mal. Woher kommt der Snowball? Oh nein, nicht wieder. Komm! Was? Was? W- 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 Liebeskommander, wenn du da stand back and give me my royal face and like this Your Highness, indeed not, do you see this invisible line? Privates, outline our territory for everybody to see it. See this real, non-invisible line, no earth pony or unicorns are allowed to cross it. This is the sovereign territory of Pegasophorus. What are you doing? Don't go around the rock, go over it! I don't give up an inch of territory, you can probably do the enemy. That rock is here on the Victoria side of the camp and it belongs to us. I claim this rock for Pegasophorus. And that rock is instant, you scoundrel. Oh, you fight my rock. I'm sorry to fight anywhere. Hey, we've made our territory. Fine, this is the last straw, it will be my world. Great, you're trapped. Where did you go? Erich! You're so senior, Reigns! I'm still, I'm rich, you know? Reigns, we're in the place, we're in the place! No, no, you don't have to power my face. Because I love you, but now you're going to fight with each other. You want to fight him too, you're high, man? Yeah, for us. I love fighting, uh, more than you. How ridiculous! A unicorn never should be fighting! That's just cause you will be unicorns, no, you will never win! Earth-Ponies are numbskulls! They are the ever-hood! Unicorn does not! No! It's not all. Fuck! It's a poor girl! He knows what's going on! He knows what's going on! Es wird die mehr, die colderer Dinge werden. Es wird derels Kappert. Wir haben die drei Trenge gehobert. Wir haben es schon lange Trocken und haben uns noch viele Kappert. Nun werden die Kappereischen nicht geschlossen sein, weil sie sich nicht so schön ist. Manchmal hat er nur noch was. Man , man hat einen Loch in den Herreraum mehr, die ich nicht merke that was. Das ist ein kleiner Held. Nor do I. Ich helde Rundhergan a lot. Ich helde nicht wirklich. Das ist ein kleiner Held. Ich helde wirklich, 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 wirklich. Das ist ein kleiner Held. Oh. 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 Genau. Das ist ein kleiner Held. War das die Augen? Ich wusste nicht, dass du das gemacht hast. Ich wusste nicht, dass ich das nie passiert. Aber es könnte nur mir sein. Es kam von uns, von uns. Von uns, von uns. Wir sind alle Ponies. Wir sehen euch, Leute. und West Korea! Only on the Hub! Sing time!